Musik 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 Ja, das Bau bitte ganz schnell. Ich wünschte, ich könnte die schon mal vor in Auftrag geben. Euer Widersacher kann ab sofort eine neue Technologie nutzen. Sicherheitshalber zwei von denen gleich mehr. Wo ist eigentlich meine Mützprägerei? Da. Ah, ich habe zwei. Okay. Da ich jetzt Fleisch kriege, sollte ich auch Wurst produzieren. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Bier, Nahrung, Bücher, alles schnell, schnell, schnell. So, hier auch noch eine Metzgerei errichten. So, schicken wir sie los. So, hier Achse. So, hier Achse. So, hier achse ich. So, hier achse ich sie schon mal vor. Wie ist es, ich kann mich nicht nach wie bei mir wiederholen? Also, ich kann mich nicht nachgyanlen. So, hier achse ich, ein Schuhlender ist. So, hier achse ich auch dich? Es ist nicht so gut. So, hier achse ich, weil ich ja noch nicht mehr mit Hitschrogen bin. Okay. So, ich gehe nicht mehr. und gleich noch viel mehr. So, da Fischgründe fischreicher werden. Errichten wir hier zwei Fischerhütten. Das ist... Oh. Gut, jetzt müssen wir ihn da rumwasten. Das sollte allerdings kein so großes Problem sein. Das ist ein bisschen zu heilen. Das ist ein bisschen zu heilen. Untertitelung des ZDF, 2020 Glückwunsch! Eure Geistlichen haben eine Technologie erforscht. Kommt, bringt das Brot, das ist wichtiger als alles andere. Ihr wart erfolgreich in der Erforschung einer neuen Technologie. Das schaffen wir auch nicht mehr. Das heißt, er hat hier oben Zugang zu Zeug, dass wir nie rankommen werden. Euer Widersacher kann ab sofort eine neue Technologie nutzen. Gut. 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 Untertitelung. BR 2018 Bischofs Sitz hat er genommen. Okay, da brauche ich... Da brauche ich ihn darum nicht mehr wissen, also kann ich das hier gerade ignorieren. Was auch doof ist. Ah, die kann ich nirgendwo hier platzieren. Ah, ich weiß was. So. Ja, Münzen für Bier. Wohnhäuser bieten mir Wohnraum. Ballistik. Wir müssen gucken, wo wir hinforschen. Das hier wäre wichtig. Oh, Zugang zu Außenposten. Keine Handelsexpedition mehr möglich. Ist nicht so schlimm. Äh, ich wollte das da, also noch drei Mönche und einen hiervon, dass ich hier hinforschen kann, weil das würde mir sehr viel helfen. Jetzt, wo wir wieder Nahrung kriegen. Ah, nebenbei. Wir bräuchten jetzt langsam mal eine Schafszucht. Wohl, für was brauchen wir Klamotten? Wohl, für was brauchen wir Klamotten? Also, ey, für was brauchen wir dich? Also, ja, ich brauche auf jeden Fall beide, äh, diese hier und das Wunderkind. Komm, gib mir noch einen. Hier noch ein Lager aussehen. Äh, wie viele Metzger habe ich mittlerweile? Habe ich immer noch nur einen, oder? So, ich habe eine Kaserne, das heißt, ich kann mein Militär mal... ...ein gutes Stück pushen. Und Ballistiker forschen. Dann brauche ich noch fünf, zwei und einen. Ja, Nahrung ist halt so gerade das Problem. Ne, ich habe schon zwei Metzger rein, okay. Okay. Okay, Wolverine kloppt sich jetzt mit Matthäus. Das sollte ich ausnutzen. Und ich habe noch nicht diese Freischaltung, ey. Äh, habe ich hier Steine, oder habe ich Steine im nächsten Sektor? Nein. Keine Steine hier, keine Steine. Ja. Hier habe ich Stein. Wo habe ich hier Stein? Ach, da habe ich Stein. Ah, nee, nicht so rum. Ich nehme mal an, genau. Die sind alle. So, nee, nicht hier eigentlich. Ihr wart erfolgreich in der Erforschung einer neuen Technologie. Sondern das hier. So, dann produzieren wir fleißig Werkzeug. Dafür haben wir ja Eisen. Du machst auch nach Bedarf. Du machst auch nach Bedarf. Du machst auch nach Bedarf. So, dann muss ich anfangen, ihn hier und hier abzuschneiden. So, dann muss ich anfangen, ihn hier und hier abzuschneiden. jetzt gibt es uns gut mit vielen U-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L. Vielen Dank.